Im Gefängnis. Wo gibt's denn ihr Geld? Gefängnis. Na wer kommt denn da auf mich zugelaufen? Hallo Beryl. Also einfach mal in den Knast gehen. Hallo, wer bist du? Oh Gott, oh Gott. Einfach mal in den Knast gehen. Ja, ich hab dich schon umgebracht, du könntest mal so. Ich hab Angst vor dir. Ich hab dich besonders mit der falschen Waffe umgebracht, ne? Warum hast du eigentlich vom Gefängnis gewartet, Manu? Hä? Ich steh hier einfach nur zwischen den Gängen, um die Treppe zu sichern. Darf ich vorbei? Oh, da ist ein garter Waffe drauf. Wenn du mich nicht tötest, Hilfe rennt. Ganz toll. Es war klar. Tja, verdienen, ne? Vor allem, was für eine dumme Behauptung. Ja, wenn du, weißt du, war ja kein Problem, du hast dir geglaubt. Ich wollte sterben. Wofür ich den denn? Ach so. Das ist natürlich gut. Jetzt bin ich sein Gott. Hallo Gilbert. Ich glaube, ich werde sterben. Oh no, no, no. Oh man. Runde vorbei. Musstest du mich töten? Nein. Die Runde. Ach, hier muss man Geld zahlen. Arschloch. Gilbert. Ich habe nur Dollar aufgehoben. Yeah, da kommt ein Wuhn. Ey, das war meins. Guck mal, ich habe 100 Dollar bekommen für den Kill an Depito. Ja. Das ist cool. Achso, wegen der Waffe, ne? Ja, weil ich die schon mal benutzt habe. Wurde festgenommen? Warum? Hast du ne Waffe gezogen? Unbefugtes Betreten. Achso. Ja, ich habe noch gesagt, wir sollen da rausgehen. Achso, dann. Deswegen hast du gesagt. Ich verstehe schon. Nie im Leben. Ich bin generell immer ganz, gar nicht für tot. Natürlich musst du mich töten. Ich bin immer ganz, gar nicht für tot. Ich bin immer ganz, überhaupt nicht für tot. Nein, es hat geleckt. Es hat richtig geleckt. Tode finde ich immer blöd. Tode ist nie gut. Ach man. Ja, ich bin sexy und I know it. Du bist schon ziemlich sexy. Ja, danke. Ja, ich habe mir gerade zwar einfach 20 Cola Dosen gekauft. 8000. Boah, ich kriege 8000 Dollar für. Wie geil, du hast aufgehoben? Null. Soll ich dafür alarm? Mein nächstes Opfer lässt sich bitte töten, danke. Warum? Auch weil ich 8000 Dollar dafür kriege. Nee. Wieso liegt dann deine nackte Frau auf der Treppe? Die habe ich ausgezogen. Was denn vieles mehr? Ich bin ja an der Bar, aber kann ich sie kaufen. Hey, warte, wer bist du? Wo bist du? Hallo, guten Tag. Ja, ich will bei der Kamera bleiben, weil Manu mich, glaube ich, töten will. Meine Runde ist vorbei. Ach, okay. Ah, hier. Du stinkst. Geh dich waschen. Oh, ich stinke. Oh, oh. Warum sagt mir das Spiel das denn? Oh nein, ich habe was getrunken und muss auf Toilette. Oh, voll die fliegen. Das ist aber blöd jetzt. Aha, stimmt. Ihhh. Boah, voll die Verpestete. Wie leid. Habe ich die schon untersucht? Nein, habe ich nicht. Warte, meine Runde ist vorbei. Oh, hier ist lecker Essen. Möchtest du wissen, wer du bist? Oh, du willst mich töten. Ich fress dir die Wisse weg beim Barkeeper. Oh, ich habe nur mein Messer geworfen. Oh, da, du Grillgabel 5000. Grillgabel. Ja, Debi, du hast sie gefallen. Was machst du da? Der Grillmeister, ey. Sehr gut. Und dann geschah es. Was? Man sieht doch, ich habe richtig weg. Wurde Debi Tor mit einer Grillgabel getötet. Das ist ganz schön die Wohne. Oder vielleicht doch nicht. Danke. Oh, 8000 sicher. Oh, ja. So Spacko, ey. Was kriege ich gar nicht. Ach, du warst da. Kann mich mal beim Mörder töten? Du warst da, Peter. Ohne Schein bin ich gerade nur ein Opfer. Ich bin irgendwo und werde Dreck getötet. Ja, anscheinend. Oh, ich bin gestorben an, weiß ich nicht, Krebs. Oh, hier liegt jemand. Soll vorkommen. Ja, das bin ich. Willst du meine Waffen haben? Viel Spaß. Warte, dass man hier immer sicher ist. Bist du auch nackt, Zombie. Zombie. Wenn ich mich genau vor den Polizisten stelle, dann bin ich doch eigentlich immer sicher, oder nicht? Naja, das kann er auch einerseitlich auf dich werfen, irgendwie. Außerhalb seines Blickwinkels. Nee, nee, nee. Da, wo ich gerade stehe, geht das nicht. Ja, dann bist du safe. Ist unmöglich. Du bist eine Person, die dich versteckt, aber du bist safe. Oh, cool. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Ich verstecke mich jetzt erst, damit ich meine Waffe habe. Die Vitor kannst du mal ein bisschen langsamer stecken. Ach, den Raum meinst du? Ja. Ach, hier geht's auch nicht weiter. Ich versuch's. Oh Gott. Ich verstecke mich jetzt einfach irgendwo in deinem Zimmer. Der Hunger. Im Zimmer elf bin ich. Zombie, geh weg. Dut, 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 dut. Lecker Esen. Du willst dich doch töten. Lecker Esen. Ja, und Holm will mich töten. Okay, ich bleib hier drin. Du wolltest mich echt töten, oder? Ja, ja. Ja, und er wollte mich töten. Wer bist denn du? Wer bist du, Zombie? Äh, ich bin... Siehst du auch auf Tab übrigens. Ich bin Preston. Ich presse immer gern. Wieso lauft ihr mir alle hinterher? Oh nein. Lass mal durch. Lötet einfach Zombie. Nein, 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 nein. Fuck. Was geht hier ab? Nein, keine Muni mehr. Fuck. Immer nur am wegrennen. Immer nur am wegrennen. Ja, ja, ja. Muss ich ja auch. Muss ich ja auch. Oh, 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 oh. Oh, hey, ich hab gar keine Waffe mehr. Oh, Ramona, was fällt dir ein? Als würde ich dich töten wollen. Oh Gott. Schau mal, hey, hallo. Ich hoffe, du hast noch keine Waffe. Ich hab mich nur verteidigt. Der Maudato. Schlechtes Gefängnis. Oh, das gab Geld. Ich hab bisher jedes Mal im Gefängnis. Oh, und jetzt bin ich schon wieder frei. Siehste mal. Das war eine coole Runde für mich. Oh. Das sind einfach zwei Weiber. Okay. Wer bist du? Too bad. Na, Preston. Solange drei Leute zusammen sind, können sie sich auch nicht umbringen, ne? Weil, äh, Zeuge. Gibt's auch. Da kommen genauso ins Gefängnis. Da liegt einer. Ja. Oh nein. Und du warst neben der Kamera. Oh, scheiße. Oh, Peter. Okay, du musst mich töten. Alter, 1600, weil ich so viele Waffen mit hab. Krass. Halprig. Maudato, geh weg. Komm, bleiben wir hier. Für die nächste Runde. Ne, bleiben wir nicht hier. Mach sie so geil. Meine Runde ist schon vorbei. Kannst du mich, äh... Hey, guck mal, Peter. Hallo. Ich besuch dich. Ja, ja. Ah, hi. Kann ich mit dir reden? Guck mal. Hey, weißt du, wo das Gefängnis ist? Hier, ich geb mein Drücken aus. Weißt du, wo das Gefängnis ist? Warte, kannst du es aufheben? Drücken. Musst du dich töten. In der untersten Etage. Kannst du es aufheben hier am Boden. Achso. Oh Gott. Nee. Ja. Oh. Ich musste dich töten. Ich musste dich töten. Oh Gott. Der Kopf ist jetzt schief. Ist mir alles egal. Ich hab grad jemanden erfolgreich getötet. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Du kannst auch im Gefängnis essen und schlafen und so, nö? Ja, ist eh alles gut. Du bist mich in Ruhe, Weib. Schwer verständlich. Ich muss dich nicht mehr töten. Trotzdem. Ich muss dich vorhin töten. Ich mag dich nicht mehr. Aber stell dir vor, in der nächsten Runde muss einer uns den anderen töten. Komm, wir bleiben hier stehen. Achso. Das ist eigentlich ein guter Deal. Okay. Ja. Give me a good deal, good deal. I'm a good deal, ja. I'm a good deal is this. Good deal. Elevator. Elevator. Ja. Schade. Musst du mich töten? Wer ist denn wer jetzt von euch? Ich bin die Lula. Oh Gott, Lula will ich... Ja, ich bin's. Aber ich muss dich nicht töten. Achso. Du bist... Hä? Warst du nicht grad noch weiß? Ich hab' nicht grad noch weiß. Oh nein, sie hat eine Pistole. Sie hat eine... Oh ne. Oh ne. Eddie, 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 oh ne. Warte. She has a weapon. Fuck. Oh. Da wurde einer festgenommen. Hallo Herr Bachmann. Wie heißt du? Okay, du musst mich nicht töten. Ich muss dich auch nicht töten. Ich würde aber gerne... Du musst es Manu töten, oder? Hey Manu, musst du mich töten. Nee. Ach so. Oh, da ist Staff Only, da geht er wieder weg. Wenn man im Staff Only ist, dann läuft so ein Ding ab, ne? Wenn man gesehen hat. Äh, nicht immer. Aber manche Kameras drin sind dann schon, ja. Okay. Interessant. Interessant. Langsam verstehe ich das Spiel nicht. Langsam bin ich mir ziemlich sicher, dass ich gar keinen Plan habe, was hier abgeht. Genau. Aber davon ne Menge. Mhm. Wo? Wo ist das? Du rauch die ganze Zeit irgendwie. Hallo. Ich hab's da ein bisschen alter für mich. Ja, bist du? Hallo Lula. Oh, oh. Ich hab Angst. Hey du Lulatsch. Nein! Oh, ich hätte schon mal der Lache rausgehen sollen. Nein. So geil. Wer bist du da vorne? Oh. Ich bin lieber Schwasti, ey. Hier ist Kamera, ne? Ja, Lula? Wow! Warum wirst du mit Sachen auf mich? Ich bin gefährlich. Du wahnsinnig. Hier war noch ne Kamera. Nein! Wo ist hier ne Kamera? Alter, stimmt. Ein grünes Licht, ein grünes Licht ist Kamera, ne? Oh Mann, oh. Je nachdem du solltest die bessere Waffe suchen, dann greift er mich einfach mit ner Kriegabel an die du draußen bringt. Oh, hier ist der Leiche. Achso. Ja, aber die ist doch gar nicht auf der Liste. Ähm. Ja, aber du kannst immer, wenn du i drückst und draufklickst, siehst du auf den Wert. Was tut denn alles bei? Ah, okay. Das muss mir einer sagen. Überlegung. Äh. Die hat aber viel dabei in ihrem Leben. Hi. Hi Mario. Na? Da bricht dich viel Kohle. Zusammen. Wie geht's dem Mario? Ich muss schlafen. Das ist aber irgendwie doch. Wer bist du? Mir geht's immer gut. Mir geht's gut. Ah. Schöner Rock. Warte mal kurz wenn ich auf i drücke und dann draufkehre. Wo sehe ich dann den Wert? Bitte rechts unten. Geld für Tötung. Ähm. Ah. Ah. DFT Tabelle steht da. Ah, hi D bitte. Das ist Charlene. Komm her. Du guckst immer aufm Arsch. Komm mal her Mario. Nö, nö, nö. Ja wohin sonst? Mario du bleibst jetzt bei mir. Nö, stimmt. Du bist vergessen. Lula. Ich verfolge dich jetzt. Auch wenn die nicht töten muss ich töte dich. Black Lula. Du krieg Minuspunkte und dann freust du dich. Ja mach doch. Weißt du ganz ehrlich? Mach doch. Ja ich glaube auch ziemlich egal so an sich. Oh. Wer bist du? Ach dich kenn ich. Doch schon. Oh ich hab's gesehen. Oh ich hab's gesehen. Ich hab dich ausersehen mit der falschen Waffe getötet. Eigentlich jetzt krieg ich nur 100 Dollar dafür. Das ist nicht dein Ernst. Du hast mich grad für 100 Dollar getötet. Alter ich hatte was dabei. Hey guck mal ihr seht beide gleich aus. Ihr seht beide gleich aus. Ah jetzt hab ich's. Lula und Charlene ihr seht beide gleich aus. Eher gar nicht. Oh das ist aber wertvoll. Ach man oh ich wollte gerade jemanden töten. Wolltest du mich gerade töten? Ja mich wahrscheinlich. Solange wir zu dritt sind kann nichts passieren. Oh Alter. Ich hau ab. Erstmal mit dem Fahrstuhl fliehen. Ich hab aus Versehen einen falschen abgeschossen. Ich wollt grad sagen. Da hat jemand gerade mein Ziel umgelegt glaube ich. Vor meinen Augen so. Soll vollkommen. Okay. Boah wenn ich renne werde ich immer müde. Die Jagd hat begonnen. Oh Gott sei Dank. Oh ich wollte das genommen. Oh Alter. Wie viel Glück hat das immer da da. Oh jetzt hab ich wieder viel Geld verloren. Demi geführt. Krass. Komm rau mal. Verstanden. Jetzt hat das verstanden spontan. Jetzt kann das. Jetzt zieht uns alle ab. Ah ne Moment. Wo seid ihr? Auf D ist der. Okay warte. Wo seid ihr Leute? Oh ich werde müde. Ich kann nicht so schnell rennen so lange so viel so lange so viel. So lange so viel so an sich. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt? Alles ist jetzt nochmal aufgefüllt. So ist das schön. Das ist schön. Oh, wer hat mich denn im Gefängnis erwartet? Oh, oh Gott. Boiler schon wieder. Wo redest du? Immer diese Boiler. Achja, auf der Manchimap gibt es übrigens Geheimgänge. Das ist ja fies. Ist voll geheim. Ja, so bin ich gerade zum Beispiel mit meinem Typen, der mich im Gefängnis abgewartet hat. Der jetzt... Oh Mann, oh... Ja, ich muss hier warten am Fahrstuhl. Hallo, wie muss ich töten? Nein. Wie aktiviert man den von der Seite aus? Würde ich niemals tun. Jetzt komm doch hoch, du Fahrstuhl! Nein! Oh Mann! Ich möchte nicht raus, ich möchte gefangen bleiben! Nein, 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 nein! Fuck. Nein! Geh weg! Fuck! Hier warst du die ganze Zeit. Man kann doch die Sachen werfen, oder nicht? Ja, du hast doch was auf mich geworfen. Achso, okay. Mann. Dr Dweck. Ich möchte die Sachen her Shelley öffnen.